Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Feuerkickbox. Heute verkehrte Welt. Wir hatten Profis am Start, die mal andere Rollen eingenommen haben. Wir starten mit Thomas Kessler. Los geht's. Wir drehen die Nummer mal ein bisschen um und ihr kriegt alle drei jeweils ein Sektor im Tor. Und ich lege mir den Ball mal hier hin und versuche euch mal ein paar um die Ohren zu hauen. Oh, das ist gleich mal raus. Ich muss sagen, es macht mehr Spaß euch zu treffen als reinzuschießen. Aber das ist natürlich jetzt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Abgelenkt hier. Scheiße! Fabi! Das hat ja schon fast verloren. Fabi! Oh Mann! Habe ich's reingelenkt, oder? Ja. Sie macht alles, was ich will. Ui! Aber ganz klar, hier, der liebe Till. Volllinientechnik. Sind die denn gut versicherte Jungs eigentlich? Jawohl, da ist er. Nicht bei uns. Minus zwei. Jawohl. Da hast du jetzt deinen. Jeder minus zwei. Das hätte er eigentlich verloren. Ich hab ihn! Wenn irgendeiner der Zuschauer denken würde, ihr habt da keinen Ehrgeiz, ne? Spätestens jetzt. Was ist das denn, ihr Ersch? Ja, Mann! Jetzt bin ich gespannt. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Das würde ich mir natürlich noch mal angucken im Video, ne? Also... Ich bin raus. Von mir war er nicht. Ich würde ja fast sagen, der ist dir so hinter die Hand gewischt. So ganz auf die Seite bekommen hast du den nicht. Die Spinne! Schon wieder. Also ohne Scheiße, das würde ich mir patentieren lassen, ne? Also du kannst damit auch direkt Konter einleiten. Ja, und kein Abraller. Weißt du, jeder Trainer sagt, halt das Ding fest, schick den lang. Du kannst den direkt einleiten. Das ist eine Bewegung. Halten, einleiten. Nächstes Spiel von Kessler kommt genau der gleiche. Gleiche Phase. Ja, Till! Ich fühle mich leid. Auf den falschen Fuß erwischt. Ja. Ich war doch in der Ecke. Na, klasse! So guys, ganz einfache Sache. Der Luca hat mich schon sehr zerstört. Props an dich. Aber jetzt kommt die Revanche. Ich darf schießen. Die Sonne, ne? Schon stark heute. Ja, der war schwer. Das ist das halt, wenn man einfach gegen mich spielt, ne? Tagesform gewesen. Verstehst du? Komm, hier einer noch. Guck mal. Wunderschön, Junge. Wunderschön. Sogar safe. Jetzt kommt wieder Naldo. Boah! Das ist aber gut, muss ich sagen. Unhaltbar, Liga. Ich stelle mir erst ins Tor. Das ist kein Problem. Ich war eigentlich nie ein Torwart, aber sehr gut. Ich bin halt groß. Einfach ein Tier im Tor. Was soll ich denn machen? Was? Hier. Kann ich mich mal von hier aus ausziehen? Na klar. Wenn das deine Position ist, dann musst du dir doch was zeigen. Da ist mein Punkt oder seiner? War ich noch dran? Habe ich hingelenkt? Hab ich hingelenkt? Du sagst so. Mein Punkt oder seiner? Stimme, 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 Stimme. Klarer Sieg für dich. Einfach zu stark im Tor. Ich glaube auch, das waren die Torwart-Qualitäten. Die Jungs haben sich nicht recht geschlagen. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare, wie ihr das fandet. Abonniert die Kickbox, damit ihr das nicht verpasst. Die Kickbox auf Instagram checken. Bis dahin. Ciao.